Herzlich Willkommen im Podcast. Sie möchten Business Intelligence ganz einfach. Die besten Impulse für Analyse, Planung und Reporting. Komplett hören oder als Buch lesen? Sehr gerne, denn den Podcast gibt es auch als Buch, E-Book und Hörbuch. Voll mit Erfahrungen, die wir bei Advisio über viele Jahre gemacht haben. Einem Beratungsunternehmen für Business Intelligence und Performance Management, das schon mehrfach mit dem Gütesiegel Top Consultant ausgezeichnet wurde und damit als eine der besten Beratungen in Deutschland gilt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.advisio.de. Und jetzt viel Spaß beim Hören, Ihr Peter Blum. Irrtum Nummer 8. Es ist besser, das Projekt mit dem Softwarehersteller durchzuführen. Meine Business Intelligence Software kaufe ich direkt beim Hersteller und ziehe mit ihm auch das komplette Projekt durch. Warum zusätzlich einen Spezialisten mit ins Boot holen? Ich will Kauf, Beratung und Service aus einer Hand. Außerdem ist die Software bestimmt günstiger. Das hat mir kürzlich ein Gesprächspartner am Telefon gesagt. Und auf den ersten Blick würde man meinen, ist auch plausibel, oder? Der Softwarehersteller sollte sein Produkt am besten kennen. Warum soll er also nicht gleich das ganze Projekt stemmen? Dieses Argument höre ich ehrlich gesagt ziemlich häufig. Auf der anderen Seite kommen regelmäßig Kunden zu uns, die mit einem Softwarehersteller ins Projekt gestartet sind, nun aber auf halber Strecke mit dem Projektverlauf so unzufrieden sind, dass sie dringend einen anderen Partner zur Unterstützung suchen. Manchmal sogar ihren Projekterfolg retten müssen. Woran liegt das? Ich habe mit etlichen Unternehmen gesprochen, um mehr über die Hintergründe zu erfahren. Häufig heißt es, bis zum Kauf der Lizenzen hat alles bestens geklappt. Die Probleme begannen mit der Umsetzung. Der Softwarehersteller hat uns immer wieder vertröstet. Termine sind geplatzt. Am Ende sind wir den Consultants quasi hinterhergelaufen, um überhaupt noch Projektunterstützung zu erhalten. Logisch. Sobald die Software verkauft ist, erlarmt das Interesse eines Softwareherstellers am Kunden. Wie soll es auch anders sein? Sein Geschäftsmodell ist die Entwicklung und der Verkauf von Software. Sein Personal ist auf diese beiden Schwerpunkte fokussiert. Um es direkt zu sagen, Softwareverkäufer werden auf Softwareumsatz provisioniert. Und noch schlimmer, Softwareverkäufer sprechen nur sehr ungerne über wichtige Details zur eigenen Software. Vor allem, wenn sie spüren, dass diese Details einen Verkauf verhindern, weil die speziellen Anforderungen des Kunden nur schlecht erfüllt werden. Wundern Sie sich also nicht, wenn Ihnen ein Softwarehersteller später erklärt, dass sich Ihre Anforderungen mit der bereits erworbenen Software so einfach nicht umsetzen lassen. Schauen wir nun in den Kundensupport eines Softwareherstellers. Hier sitzt meist nur ein kleines Kernteam, das auf die Behebung von Software-Bugs und rein technische Unterstützung bei Bedienungsproblemen ausgelegt ist. Oft ebenso übersichtlich aufgestellt, die Anzahl der Consultants eines Softwareherstellers, auch wenn es auf den ersten Blick natürlich nicht so aussehen soll. Diese sind entsprechend schnell überlastet, wenn plötzlich mehrere Kunden mit Beratungsbedarf vor der Tür stehen. Kein Wunder, wenn dann Projekte reihenweise in Verzug geraten. Anders bei spezialisierten Consultants. Ihr Projekt steht im Zentrum und gemeinsam mit Ihnen übernehmen die Berater dafür die Verantwortung. Was bei einem Hersteller unter ferner Liefen rangiert, steht bei einem solchen Dienstleister zu 100% an erster Stelle. Und die Beratungsqualität ist entsprechend hoch. Ganz zu schweigen von anderen wichtigen Kriterien wie Termintreue oder Konstanz und Erreichbarkeit der Ansprechpartner. Ich möchte es mit einem Autokauf vergleichen. Hier stehen Sie nämlich vor einer ähnlichen Entscheidung. Erwerben Sie Ihren BMW lieber direkt beim Hersteller oder bei Ihrem Händler vor Ort? Selbst wenn Sie explizit auf den Erlebniswert einer Fahrzeugübergabe in der Münchner Zentrale Wert legen, kann Ihr Händler das für Sie arrangieren und bietet darüber hinaus doch einige Vorteile mehr. Er ist viel stärker interessiert, Sie als Kunden langfristig zu halten. Deshalb gibt er sich nicht nur Mühe, Ihnen das perfekte Auto für Ihre Bedürfnisse zu verkaufen, sondern will Ihnen im Anschluss auch den besten Service bieten. Ein weiteres wichtiges Argument, Der lokale Händler ist jederzeit schnell verfügbar und im Alltag für Sie persönlich da. Dieses Plus teilt er mit einem unabhängigen Berater. Wobei seine Unterstützung sowohl bei Ihnen vor Ort als auch remote aus der Entfernung stattfinden kann. Erfolgreiche Business Intelligence Projektleiter in Unternehmen wissen dies für sich zu nutzen. Werfen wir noch einen Blick auf die Kosten. Ist es wirklich günstiger, ein Auto direkt beim Hersteller zu kaufen? Nicht unbedingt. Der Händler verfügt meist über eine viel größere Preisflexibilität. Wenn Sie schon einmal bei Ihrem Autohändler einen hervorragenden Deal erzielt haben, der beim Hersteller niemals möglich gewesen wäre, dann wissen Sie genau, wovon ich rede. Und Sie wissen auch, das Auto ist immer exakt das Gleiche. Genauso wie bei einer Softwarelizenz. Um bei unserem Vergleich zu bleiben. In dieser Hinsicht hat ein unabhängiger Business Intelligence Anbieter vielen Autohäusern sogar noch etwas voraus. Wann ist es Ihnen zuletzt passiert, dass Sie Ihr Autohändler zur Konkurrenz geschickt hat? Frei nach dem Motto, auch andere Hersteller haben gute Autos. Natürlich noch nie. Der Händler ist an seine Marke gebunden und genau darin unterscheidet er sich von einem unabhängigen Berater. Der nämlich hat die Freiheit, mit Ihnen ohne Einschränkungen jedes Business Intelligence Produkt am Markt nüchtern zu bewerten und nur passende Softwarealternativen zu empfehlen, die Ihre Anforderungen und Projektziele erfüllen. Worum geht es wirklich? Sie prüfen kritisch, ob Ihr Softwarehersteller bereit und in der Lage ist, Sie nach dem Softwarekauf auch bei der Projektumsetzung voll zu unterstützen. Sie arbeiten ausschließlich mit einem Partner, der sich auf Ihre Projektziele konzentriert. Ihr Projektpartner übernimmt Verantwortung für das gesamte Projekt. Sie interessieren sich für Business Intelligence und Performance Management? Noch mehr Ideen und Impulse bietet Ihnen der Performance Manager Podcast. Ich spreche mit Führungskräften, Experten und Persönlichkeiten, die in Ihrem Fachgebiet zu den Besten zählen. Sie finden den Performance Manager Podcast auf allen großen Podcast Plattformen oder unter www.advisio.de Wir hören uns in der nächsten Folge, Ihr Peter Blum.